Hey Freunde, was geht? Euer Wizard wieder am Start. Nach einer langen Pause kommt jetzt endlich einmal ein Update, was eigentlich los ist. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich war jetzt schon lange nicht mehr vor der Kamera, jetzt ist viel passiert. Und als alles erstes möchte ich Danke sagen, dass ich trotzdem weiterhin Abonnenten bekommen habe und eine ziemlich hohe Watchtime. Und das Herzchen mache ich, ich mache immer das Illuminatenherzchen, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder am Start. Es wird jetzt bald Reise-Vlogs geben. Immer wieder. Mehr Vlogs. Freitag wird wieder Vlog-Tag und Artwork. Und ja, ich sage es euch, es ist ein bisschen komisch jetzt vor der Kamera nach so langer Zeit. Ich habe trotzdem auch noch Probleme und so. Aber es wird immer besser. Mit der Psyche bin ich auf dem besten Weg. Und jo, ich wollte euch einfach nur ein kleines Update geben, dass ich jetzt bald wieder Videos machen werde. Und es wird ein riesen Comeback geben, hoffentlich. Naja, schauen wir, schauen wir. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt es den Sommer gut überstanden. Leider ist jetzt bald schon Herbst. Ich meine, jetzt haben wir ja August, keine Ahnung, welchen 16. Aber alles cool, alles cool. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich zeige euch einfach, wo es bei mir gerade abgeht. Warum nicht? Jetzt bin ich schon vor der Kamera. Wäre doch Zeitverschwendung. Wenn ich das nicht gleich sage. Also ich mache es bei dem Früherschein im September. Am 6.9. fange ich an damit. Dann werde ich, ich kriege das, reagiere jetzt wahrscheinlich weiter nach einer langen Pause. Oder das Wichtige ist, ich bin versichert und kann mich erst endlich beim BBO anmelden. Das ist für psychische Erkrankte quasi zweiter Arbeitsmarkt zum Wiedereinstieg ins Berufsleben. Und warum, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob ich noch eine kleine Pause mache, aber ich will euch richtig geilen Content jetzt bringen. Jetzt ist lange nichts gekommen und jetzt schaue ich, dass wieder richtig geiler Content drankommt. Und ja, alles cool, Brüder und Schwestern. Haut rein, Leute. Das war's für's Erste von eurem Resort.